Guten Tag liebste Jacki! Hi! Puzzlest du noch oder liebst du mich? Ja, Puzzle noch! Oh Gott! Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Trag uns einen Zungenbrecher vor. Fischersfritz. Müsli oder Brötchen? Müsli, auf jeden Fall. Welche Wildfarbe ist dein Liebling? Boah, das ist schwierig. Schwarz. Sammelst du dein Leergut immer in einer dunklen Ecke oder bringst du es sofort weg? Ich sammle es in meinem Auto. Sehr gerne sogar. Hattest du als Kind ein Kuscheltier? Ja, ich hatte einen Teddy. Einen Riesenteddy. Wie hieß der Teddy? Hans. Der hieß Hans. Auf welche Motto-Party würdest du gehen? 80er oder 90er? Das ist außer Frage die 90er. Auf jeden Fall. Sport oder Couch? Sport. Und Couch. Warte. Und Couch, ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Hier ist ein Flugticket, das dich überall hinbringt. Wo geht's hin? Nach Südafrika. Welcher Kollege, welche Kollegin hat einen geheimen Süßigkeitenvorrat? Ich glaube, es ist die Sarah. Welche Sarah? Iron Man. Warte, Sarah. Ja. Zeig uns deine dreckigste Lache. Das geht nicht auf Knopfdruck. Ich habe nur schöne Lachen. Geht nichts. Das geht nichts. Danke, Jackie. Ja. Oh Mann, ey. Wirklich. Das ist so unfair. Du bist so fies. Das ist so war. Okay. Vielen Dank.